Hallo Freunde, hier ist Rockabee. Heute will ich mal versuchen eine Runde Battletoads zu spielen. Rarespiel aus dem Jahr 1991. Da kamen die Kampfkröten auf unserem Planeten. Ja und dann machen wir mal eine Runde. Sound wie immer zu der Zeit recht minimalistisch. Und ab mit der Kröte auf dem Planeten. Holla, die Waldweh. Ja, so wollte ich nicht. Wollte noch keine Pause machen. Noch ist die Kröte erfitt. Wir sind hier auf Ebene 1, so wie sie aussehen. Und da kommt ein Blumpenschaumständer. Keine Ahnung. Aber er hat was liegen lassen. Aber cool, da machen wir uns einen Knüppel draus. Und da kommen schon die nächsten. Was sind das für Gesellen? Schlecht zu erkennen. Hier noch ein bisschen Phantasy. Okay, hier ist grün. Hier oben sieht man, ich habe drei Herzen zur Verfügung. Mal sehen, wie weit ich mit den drei Herzen komme. Weiß ich noch nicht. Oh, da kommt was. Ah, ah, eine Fliege. Ich habe die eine. Oh, hö, hö. Hey, hallo. Oder ich habe nur noch zwei Herzen zur Verfügung. Kann ich doch hoch. Oh, ich kann ihn wegschmeißen. Auch gut. Kommt der nochmal? Ja, der kommt nochmal hier hoch. Ne. Ach, hau ab hier. Ne, ich sehe ja gar nichts. Danke. Kämpfen außerhalb der Arena. Okay. Bisschen Schwierigkeiten habe ich mit der... Wo stehe ich gerade? Grafik hier? Gibt es hier ein Zeitlimit? Ich hoffe nicht. Hier hat mich das Schwein... Oh, nö. Hallo. So geht es ja gar nicht. Na, ey. Jetzt haut der mich auch noch auf den Boden. Es sieht aus, als wenn das Schwein grinsen würde. Ey, ich glaube es ja wohl nicht. Ich muss mich irgendwie an die Tatsache gewöhnen. Ich weiß nicht genau, wo ich stehe. Okay. Zwei Treffer müsste erreichen. Ja, kommt bestimmt noch so ein Schwein. Ah. Ah. Kann ich hier laufen? Weg. Weg du. Oh, ich habe kein Herz mehr. Hallo. So. Wenn ich das lustige, muss ich da rüber. Springen wir mal da rüber. Ja, klar. Da kommt gleich wieder irgendwas angerannt. Ah, ha, ha. Wieder... Ne, ich dachte schon, da kommt wieder so ein Lampenschirm hier. Sieht nicht so aus. Ja, ich habe... Kommt... Ach, nee. Oh, da ist ein Up. Wie komme ich an das Up? Ha, ich habe ein Up. Oh, das kann ich... Oh, was ist los? Krötengesicht. Äh, 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 äh. Hier schießt jemand auf mich. Ah, Moment. Ah! Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Ah, ich kann nicht hin. Wo ist das Ding? Weg. Weg, weg. Erledigt. Da waren so ein paar hübsche Falltasten am Rand, wo ich gucken konnte. Und jetzt geht's wohin? es geht so schnell kann ich nicht lesen Freunde der Nacht booste Turbo Cables ich muss einfach runter auf jeden Fall es geht abwärts mit der Kröte ins Krähenreich ich hänge am ich würde mal sagen mein Leben hängt am seidenen Faden und hier sind irgendwelche ja keine Ahnung fleischfressende Pflanzen halt Kröte Mist der Rabe hier hat einen mächtigen Schnabel äh wo ist er hin oh oh ich hänge hier etwas unbeholfen oh ich habe eine Feder von ihm oder hat er ein Schwert gehabt oder ist das sein Schnabel keine Ahnung aber es ist eine Waffe die kann man bebrauchen hier und jetzt kommt was was ist das irgendwas was auf jeden Fall sofort dahin durchdreht wo ich mich hindrehe aha und es gibt Strom und oder wie auch immer na toll na hallo danke game over oh gosh continue müssen wir halt nochmal durch mal zu viele möglichkeiten der Schläge habe ich glaube ich nicht ich kann aber mal äh ne lieber nicht mit einem Scher ah ich werde jetzt mal keine Experimente machen besser ich kann mal umschalten auf meine bessere Grafik vielleicht jawoll wenn ich mal aus dem Röhrenmonitor rausgehe oh du schneidet mir die Schnur ab hier das ist gar nicht nett okay hüte dich vom Krähen-Schnabel jetzt kommt wieder Maschinenman man ja toll nur noch ein Herz okay ah ja hallo das ist ja vielleicht eine Reaktion hier ja da werde ich da werde ich wohl nicht weit kommen da werde ich wohl hoffen müssen dass ich lasse continue ab wie ist er ach nee hallihallo ja Freunde die Aussicht dass ihr hier noch die dritte Stufe seht wird schlechter und schlechter ich habe es irgendwie gar nicht drauf mit der Kampfkröte hier ich versuche mich ja schon zu konzentrieren aber habe ich definitiv nicht gespielt 1991 doch komm jeder kam kurz danach ein großer auf die Welt da waren doch ein paar andere Sachen angesagt als Kampfkröten da wollte ich die Kröten für was anderes da wollte ich die Kröten für was anderes okay ich glaube wenn der mich da oben erwischt dann ah aber das Seil macht er nicht durch okay na komm ist der weg? ne der ist noch nicht weg ah ah man ich will ja nicht ich hab irgendwie diese Tritte nicht richtig drauf die ich brauche hier ah ne das geht einfach zu schnell für den Kollegen es geht gar nicht ich ich hab den nicht draußen okay ein Continue habe ich noch vielleicht schaffe ich es ja doch noch ich hab es irgendwie jetzt nicht draußen was mit dem Tritt hier passieren muss ich hab es nicht so richtig auf dem Schirm bis da komme ich ja noch halbwegs ordentlich die Metallfreunde die machen mir etwas Sorgen ach komm ich kriege die Fliegen kriege ich auch nicht im Gegensatz zu heute muss ich sagen tut die Musik nach oder der Sound nach kurzer Zeit ah nee schon im ohren weh jetzt erhaut mir echt schon wieder die ah toll ich ich hab es nicht ich weiß nicht wo mein Fehler gerade liegt aber das wird nichts ja dritte Ebene werdet ihr da definitiv heute nicht sehen da werde ich wohl nicht hinkommen wird ein kurzes Video werden muss ich mir noch einen Trick einfallen lassen damit es nicht zu langweilig wird ich könnte ja was singen ich könnte ja was singen ich glaube das will keiner hoch nee das gibt es ja nicht Game over 11 Minuten Game over die Frage ist komm ich da nochmal hin ja komm ich versuche noch einen hinten dran zu hängen ihr könnt ja dann vorspulen ich kann leider nicht vorspulen ich muss wieder durch das Level hier vorne ich versuche da jetzt mal ruckzuck durch zu kommen ruckzuck ohne all zu viel Leben zu verlieren ich hab's eilig Mötze auf die Mötze so jetzt müsst ihr hier in der Lampenschirm wieder kommen vielleicht weiß ja einer ah ne der tritt mich in den Hintern was finde ich nicht nett komm so weg hier also wo kam jetzt hier was hier kam irgendwie so ich sag mal Schweine im Weltall Freunde von Miss Piggy schon die zweite komm her ja ah ja da kommt der Kollege hier gibt's Punkte und da gibt's auch Punkte ah ja eine Fliege bekommt er den hab ich den hab wir vorhin schon auf dem Kopf oh jetzt kommen wieder die Schweine und das Schwein hat mich schon wieder nimmt mich in die Luft das Flugschwein und haut mich auf den Boden hey ich das macht mir jetzt schon stutt ich komm ja nicht mal dazu mehr das den Stock zu nehmen das glaub ich nicht so weg den mit dir aber da war noch eins aber da war noch eins es ist peinlich wird peinlich wo ist das Schwein jetzt da ist es kommt das nochmal jetzt kommt es nicht mehr ok doch warum war das drei vorhin ah ne wenn's drei waren dann bin ich jetzt wieder ein Eimer ich hab's irgendwie nicht mit der na komm hallo ich brauch's ja wenigstens ne Chance haben ach ne leute jetzt wird's aber mal richtig schlecht ach ich kann den auch hochheben wie auch immer es geht ja außerhalb des Schirms geht's auch nicht dass ich den noch gesehen hätte nicht desto trotz überleg ich mir hier doch noch durch zu kommen so der ist erledigt der ist auch erledigt jetzt kommt der wieder ist ja nicht so dass die mal an der gleichen Stelle wieder kommen weg da so jetzt müsste ich hier der das etwas hellere keine ahnung was kommt ich kann weiter ich krieg die Fliege wieder nicht das gibt's nicht naja den hab ich vergessen weg so jetzt echt also hier hab ich leicht Probleme in der Optik ich muss mir was anderes überlegen komm her du Schwein danke machen wir das halt so wenn ich weit geht und weg bin kommt der halt noch einmal komm geht kaputt danke ok war es zweimal oder vorhin war es dreimal ne nein ich kann rüberspringen ok da kommen jetzt wieder zwei so Kollegen also das Spiel ist sicherlich etwas einfacher als ich mich hier anstelle hier war vorhin ein oh ja aber das ist irgendwie das hängt irgendwie so schräg in der Luft dass ich es auf jeden Fall irgendwie nicht treffe ach jetzt ich gucke noch nicht dahin wo ich sollte und schon gibt's was auf die Mütze ah jetzt liegt das wieder ganz hinten ja der war daneben oh ich hab noch zwei ah ne jetzt hab ich nichts es ist keine Kugel da hier wieso muss ich so auftreffen jetzt ok alle guten Dinge sind frei drei Treffer Schiff versenkt ab in die Höhle und hoffen dass ich da durchkomme ich geb mir Mühe versprechen kann ich allerdings nichts ich glaub ich bin durch die Lady hier etwas verwirrt einmal in den vertikalen Raum runter ach hau ab die haben jetzt auch noch keinen so großen Schnabel wie die anderen die da gleich kommen es verzögert sich alles ein bisschen wenn ich hier AAH drücke ja die können ja auch wieder Faust hauen ich bin nicht gezwungen hier die was auch immer zu nehmen ok jetzt sind wir wieder hier jetzt kommt wieder Metal also Schnur hat er glaub ich nicht durchgemacht ok das hab ich jetzt gelernt ich bin ja lernfähig aber nicht so hau mal ab ok das ist auf jeden Fall schon mal dadurch dass ich nur noch ein Herz hab ist es nicht der Brüller aber eine Methode vielleicht ah oben bleiben man ha 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 hoch 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 runter 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 Oh, das muss doch reichen. Ich habe nicht so viel Zeit, Freund. Ja, klar. Oh, ne, der kommt noch mal. Wieso ist denn der noch nicht kaputt? Runter. Wieso trifft er mich? Nummer 2. Oh Gott, ich habe ja gar kein Herz mehr. Okay. Ah, und wieder. Blöde. Hä? Oh, was ist denn das? Runter. Runter. Oh, und jetzt auch noch so ein... Der haut doch die Schnur durch. Ah. Continue. Ich glaube aber, ich bin etwas intelligenter geworden in dieser Runde. Nur was das Spiel betrifft. Komm. Na, komm. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg. Und weg. Ah, mit dir. Oh, oh. Wow, Glück gehabt. Ich. Also mit dem Fliegen habe ich es nicht hier. Den Trick habe ich noch nicht draußen, wann ich da die Zunge rausstrecken muss. Also wann der richtige Zeitpunkt ist. Oh, oh. Wenn die Krähe mir ein Auge hau sagt, dann ist das schlecht. Halt. Halt. Gehen wir mal runter. Oh, das ist nicht nett. Runter, runter, runter. Hoch, hoch, hoch. Weg. Bist du weg? Nein, er ist noch nicht weg. Aber jetzt, oder? Jawohl. Okay. Ach, Mann. Der kommt genau da, wo ich bin. Hallo. Ah, hoch, hoch, hoch. Weg. Wo ist er? Runter, runter, runter. Runter, Mann. Das war höchstwahrscheinlich nicht hart genug. Runter, runter, runter. Das war auch nicht hart genug. Hoch, hoch, hoch. Okay, ist er jetzt weg? Nee, immer noch nicht. Ah! Ah! Mann. Nur noch eins. Mist. War unnötig. Ja, toll. Wieder eine nur. Ah, jetzt fehlt mir noch das Team-Echan. Und dann weg, 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 weg. Dann muss ich gleich vorbei, sonst habe ich keine Chance. Zwischen diesem. Weg da. Wo ist das nächste? Da kommt doch bestimmt nochmal so ein Müllteil. Weg, 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 weg. Und dann auch gleich vorbei. Und dieses Vieh kriegen. Bitte lasst uns langsam zu Boden kommen. Und jetzt nicht noch, was weiß ich was. Na toll. Oh, Dreierangriff. Oh, Dreierangriff. Das finde ich jetzt nicht nett, Freunde. Habe ich? Zwei habe ich. Oh, oh. Ja, bleib mal da oben stehen. Ah! Die werden zäh, die Biestler. Bitte nicht. Danke. Fliege habe ich natürlich keine gekriegt. Ach, toll. Der Grüne ist bestimmt schlimmer. Ja klar, die Farbe hat ja was zu sagen. Aber ihr seht ein bisschen weiter. Oh, jetzt sitzt er schon in der Mitte hier. Die kommen jetzt von links und rechts. Ach, keine Fliege erwischt. Also ich hätte nichts... Oh, geil. Gegen, wenn dieses Teil jetzt hier fertig wäre. Ah! Mann! Geh weg! Oh, da kommt noch mal! Das Ding ist zäh! Oh! Oh, der haut mich! Ah! Seil weg! Aber jetzt nicht zu Ende. Gehört jetzt nichts von mir. Ja, ich bin im Hochkonzentrationsmodus. Ah! Die fressen mich hier! Hau ab! Hau ab! Ah, entschuldigt meinen... Ah! Ja, nee, da muss ich wieder von oben anfangen. Ja, Freunde, ist wohl doch etwas schwieriger, durch dieses Teil zu kommen für mich. Schade, aber ist mir erstmal genug. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen üben. Aber immerhin habt ihr den ersten Einblick bekommen. Und ja, war bestimmt damals cool. Ähm, wie gesagt, habe ich verpasst. Hatte ich 1991 tatsächlich was anderes vor. Nichtsdestotrotz, macht Laune. Und ich bin auf jeden Fall soweit, dass ich es noch ein paar Mal probieren werde. Weil ich will natürlich weiterkommen. Okay, Freunde, bis die Tage. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.